Guten Abend liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Transparenz TV in der Sendung Franz Alt. Unser heutiges Thema, reicht der Koalitionsvertrag für eine wirkliche Energiewende? Kommt der deutsche Kohleausstieg wirklich bis 2030 und wie will die Bundesregierung, die neue Bundesregierung 80 Prozent Ökostrom bis 2030 erreichen? Wie soll die Energiewende ohne Verkehrswende funktionieren? Das ist auch eine der Fragen. Oder der große Vorteil für einen neuen deutschen Solarboom ist natürlich, dass Solarenergie weit preiswerter ist als die alte Energie. Das sind die Fragen und die Themen, die ich besprechen möchte mit der SPD-Bundessagsabgeordneten Dr. Nina Scheer. Hallo Nina, grüß dich. Hallo lieber Franz. Ja, wir duzen uns, weil wir uns seit vielen Jahren kennen und schon viel gemeinsam für die erneuerbaren Energien gemacht haben. Nina, also Kohleausstieg idealerweise, wie es heißt im Koalitionsvertrag bis 2030 und 80 Prozent Ökostrom. Da sagen ja viele, das ist immerhin die richtige Richtung. Aber Kritiker monieren, dass das immer noch nicht ausreicht für einen wirklichen Klimaschutz. Was sagst du auf diese Anwürfe? Ja, also wenn man einfach rechnet, was bis 2030 geschehen sein muss, um tatsächlich das Klimaschutzziel von Paris erreichen, dann müssten da in der Tat noch andere Zahlen stehen. Aber es ist ja die Frage, ob das das Maßgebliche ist für die nächsten Schritte, die jetzt unbedingt gegangen werden müssen, damit das 1,5-Grad-Ziel erreicht werden kann, beziehungsweise die auch im übrigen ressourcenpolitisch nötigen Schritte gegangen werden. Und zwar möchte ich darauf abstellen, dass für jedes Ziel, was man klimapolitisch sich setzt, unabdingbar ist, dass jetzt unmittelbar Maßnahmen greifen können, die uns überhaupt nur diese Option auf Zielerreichung geben. Die besten Ziele helfen nichts, wenn im Hier und Jetzt die Weichen nicht gestellt werden, diese Ziele auch erreichbar zu machen. Also es würde uns gar nichts helfen, jetzt zum Beispiel ein 2030-Ziel ohne Wenn und Aber zu haben, wenn nicht zugleich erreicht wird, dass wir jetzt die Hemmnisse beim Ausbau erneuerbarer Energien beseitigen. Idealerweise wäre natürlich beides drin. Jetzt habe ich auch das Wort idealerweise verwendet. Am besten wäre natürlich beides drin. Aber meines Erachtens ist es viel wichtiger, und das ist enthalten im Koalitionsvertrag, dass wir die Dinge, die jetzt im Wege stehen für die Möglichkeit, das Klimaschutzziel zu erreichen, dass diese Dinge, die stehen drin, die Beseitigung von Hemmnissen, einen zu forcierenden Ausbau erneuerbarer Energien, diese Dinge stehen drin. Und dann ist es möglich, dass wir genau mit diesen wichtigen Weichenstellungen auch die Zielvorgaben, die drinstehen, überrunden werden. Und das ist für mich der Knackpunkt, weswegen ich sage, ja, mit dem Koalitionsvertrag haben wir die Option, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, also das nicht zu reißen. Diese Option, die Möglichkeit haben wir mit den Aussagen aus dem Koalitionsvertrag. Richtig ist, wenn du sagst, dass es viele bürokratische Hürden gibt. Ich habe Leute erlebt, die waren ganz verzweifelt und haben gesagt, ich will eine Solaranlage auf mein Dach machen, aber ohne Rechtsanwalt geht das gar nicht mehr. Was waren denn bisher die größten Hürden und was ist jetzt besser zu erwarten? Also es sind je nach Segment oder je nach Technologie verschiedene Hürden gegeben. Bei der Windenergie haben wir die viel zu langen Genehmigungszeiten, aber etwa auch Konflikte mit Naturschutzinteressen, also beziehungsweise einer Annahme von Naturschutzinteressen möchte ich dazu sagen. Stichwort Artenschutz, der da in der Definition häufig kollidierte. Dann eben, wie gesagt, Genehmigungszeiten, aber eben auch andere planungsrechtliche, emissionsschutzrechtliche Hürden, die insgesamt den Windenergieausbau gehemmt haben. Aber auch, das haben ja auch die Entwicklungen der letzten Jahre gezeigt, diese Tatsache, dass man immer mehr über Ausschreibungen nur noch ausbauen konnte, das hat der Akteursvielfalt nicht gut getan. Wenn man bedenkt, dass die meisten Akteure der Energiewende eher die kleineren Akteure waren, dann tut es der Energiewende einfach nicht gut, wenn die Anreizmechanismen gerade für diese Akteure weniger geworden sind. Und so war das in der Vergangenheit. Deswegen bei Windenergie muss man sagen, Ausschreibungen waren in dieser Form nicht hilfreich. Die Genehmigungshürden der genannten Art waren nicht hilfreich. Bei der Photovoltaik, aber etwa auch der atmende Deckel war zuletzt ein Hemmnis. Es hätte ein Riesenhemmnis noch werden können, wenn zum Beispiel der Solardeckel im letzten Jahr nicht abgeschafft worden wäre. Das ist zum Glück noch in der Aufdringung der SPD im letzten Jahr noch geschehen, dass wir den abgeschafft haben. Es gibt für andere Formen der Energiegewinnung bei der Bioenergie natürlich noch mal ganz anderen Strauß von Schwierigkeiten, wie dies zu integrieren ist, auch bei der Wasserkraft, bei Geothermie. Es gibt je nach Segment verschiedene Hemmnisse. Aber bei den Säulen Windenergie, Photovoltaik sind es die Ausbauhemmnisse und auch die Mengenbegrenzungen, die mit den Organisationsschritten, die in den letzten, ja sagen wir mal in den letzten zehn Jahren kodifiziert wurden. Mit diesen Hemmnissen wurden tatsächlich die Triebfedern der Energiewende, die bis dahin gezogen haben, ein Stück weit abgebremst. Und das muss man wieder rückgängig machen. Und dann haben wir auch eben die Chance, was ich eben gerade schon meinte, dass die Ausbauziele überrundet werden, die jetzt eben auch im Koalitionsvertrag enthalten sind. Kann denn eine neue Bundesregierung und zum Beispiel den Bayern, wo die Abstände zwischen Windrad und dem nächsten Dorf oder dem nächsten Haus riesig sind, bis zu 2000 Metern, kann denn eine neue Bundesregierung, und den Bayern vorschreiben, diese wirklich idiotischen Abstände, muss man sagen, auszusetzen und abzuschaffen? Geht das denn überhaupt? Das ist eigentlich die logische Konsequenz. Also der Bundesrat hat ja, der Bundesrat muss sich ja auch dazu verhalten. Und es ist jetzt die Situation, dass wir zwar einerseits dieses Landesrecht haben, was nur über die kommunalen Entscheidungen gebrochen werden kann nach der jetzigen Rechtslage, aber das ist schwer genug, klar. Wenn aber nun im Koalitionsvertrag zum Beispiel dieses 2-Prozent-Ziel steht, dass 2 Prozent der Landesfläche für Windenergie bereitgestellt werden muss. Klar, das ist jetzt erstmal nur eine Aussage. Aber wenn man das umsetzt, dann wird Bayern nicht umhinkommen, diese Begrenzungen, diese Abstände, diese 10-H-Regelung zu kippen. Anders ist das nicht erreichbar. Und das gilt auch sicherlich für Nordrhein-Westfalen, wo die Abstände ebenfalls viel zu groß sind, um der Windenergie noch eine Chance zu geben. Ja, überall, wo Abstandsregelungen offenkundig so pauschal begrenzend wirken, dass solche Flächenziele nicht erreichbar sind, muss das angepasst werden. Andernfalls wäre es Makulatur, sich hinter ein 2-Prozent-Flächenziel dem nicht zu verschreiben. Nina, in diesem Koalitionsvertrag ist oft von Klimaneutralität die Rede. Alle Welt redet von Klimaneutralität. Die Deutschen sagen, wir wollen bis, hat die letzte Bundesregierung schon gesagt, bis 2,45 Klimaneutral werden. Die EU sagt, bis 2,50. Einige deutsche Kommunen sagen 2,35 Klimaneutralität. Aber eine Frage dahinter ist doch, reicht denn Klimaneutralität? Also reicht es nur, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen? Es ist ein Eurosolar-Präsident, Professor Tröge, der in diesen Tagen immer wieder sagt, das reicht nicht. Wir brauchen Klimapositiv, Klimapositivität. Klimaneutralität würde ja nur bedeuten, keine weiteren CO2 und andere Treibhausgase in die Luft. Aber wir sind doch schon 1,5 Grad über dem allgemeinen Level, der bis zur industriellen Zeit gegolten hat. Müssen wir nicht klimapositiv werden, anstatt nur klimaneutral, damit das Klima wieder so wird, wie es in der vorindustriellen Zeit gewesen ist. Brauchen wir nicht ganz andere Ziele, als wir sie bisher uns gesetzt haben für eine wirkliche Klimapolitik? Ja, das Stichwort negative Emissionen ist ja auch aufgegriffen. Da muss man aber eben genau darauf achten, wie das ausgestaltet wird. Und es darf auf keinen Fall eine Ausgestaltung erfahren, dass damit der weitere Verbrauch fossiler Ressourcen legitimiert wird. Den könnte man ja auch durch ein geschicktes Verrechnen, beziehungsweise eine geschickte Handhabung abgeschiedenen CO2s auch ökologisch rechnen. Und das darf es auf keinen Fall geben. Aber in dem Segment, in dem schon in der Atmosphäre befindlich ist, CO2 uns die Klimabilanz nicht mehr ermöglicht, müssen wir natürlich darüber nachdenken, wie wir einmal die natürlichen Bedingungen stärken können, wie zum Beispiel Moore und auch Wälder, die für CO2-Bindung sorgen. Aber natürlich uns auch überlegen, wie kann man vielleicht auch im weiteren Verlauf der Entwicklung erreichen, dass CO2 wieder herausgenommen wird aus der Atmosphäre. Aber dieses Geoengineering ist natürlich auch ein, ja, für meine Begriffe ein zweischneidiges Schwert, weil es keinesfalls bedeuten sollte, dass man in Klimakreisläufe eingreift, deren Folgewirkungen und man dabei die Folgewirkungen nicht absehen kann. Als Bundestagsabgeordnete habe ich übrigens ab und zu mal in Grundschulen das Buch der Regenmacher vorgelegt und beziehungsweise die Geschichte der Regenmacher. Und das ist, denke ich, nicht nur eine Kindergeschichte, sondern für uns alle ein warnendes Beispiel, in welcher Form solche Eingriffe nicht vorgenommen werden sollten. Da geht es darum, dass ein Erfinder künstlich Regen schafft und Wolken abschießt und dann hinterher verzweifelt ist über die Folgen, die das dann auch an anderen Stellen der Erde hat. Kurz zusammengefasst. Also das ist, glaube ich, der falsche Weg. Wir sollten aber auf jeden Fall alles daran setzen, dass so wenig wie möglich an CO2, weiterem CO2 in den nächsten Jahren überhaupt noch emittiert wird. Und auf dieser Strecke wird dann auch die Aufgabe bestehen, weitere Entwicklungen voranzubringen, mit denen man dann auch möglicherweise schon emittierte Mengen wieder aus der Atmosphäre zurückholen kann. Aber wie gesagt, Priorität sollte dabei unbedingt die Vermeidung haben und auch die natürlichen Bedingungen, die uns die Natur bietet an CO2-Bindung, diese zu forcieren. Das hieße aber dann doch, weit über Klimaneutralität hinaus zu gehen, wenn man Klimapositivität will. Nina, ich erinnere mich, dass dein Vater Hermann Scheer, der ja Eurosolar gegründet hat, die jetzt diese Forderung stellen, dass der schon vor 30 Jahren in meinen Sendungen gesagt hat, Energiewende bedeutet einmal keine Treibhausgase mehr in die Luft schießen, aber zweitens auch Wiederaufforstung. Das ist ein zweiter wichtiger Schritt. Und der scheint doch genauso wichtig zu sein, wenn wir ein wirklich gutes Klima für künstliche Generationen haben wollen, über die Klimaneutralität hinaus zu gehen. Aber in der Politik ist das noch nicht allgemein angekommen. Wir reden, selbst Fridays-for-Future-Leute reden immer von Klimaneutralität. Aber letztlich reicht das doch nicht. Wir brauchen doch mehr als Klimaneutralität. Denn immerhin in der vorindustriellen Zeit haben über viele Jahrtausende hinweg die Menschen ein Klima gehabt, mit dem sie gut zurechtgekommen sind. Gut, mein Verständnis von Klimaneutralität wäre, dies mit einzubinden, dass man eben nicht nur das zukünftige Handeln mit einbezieht, sondern auch die Faktoren, die in der Zukunft noch fortwirken werden, da mit einzubinden. Und in der Tat, die Wälder und die Bedeutung von Wäldern, die spielt da auch eine große Rolle und darf auch durchaus noch eine größere Rolle spielen. Wir sollten aber auch da darauf achten, dass wir die Verantwortung nicht auf andere Länder verschieben. Insofern sehe ich durchaus Ansätze, die Verrechnungen von Verantwortlichkeiten in Form von CO2-Budgets und Emissionsrechten vorsehen, wie es jetzt leider auch nach wie vor mit der Abschlusserklärung von Glasgow möglich bleibt. Das sehe ich durchaus kritisch. Man muss, denke ich, die Verantwortlichkeit im Sinne von global denken und lokal handeln, die muss stringent durchgesetzt werden und durchgeführt werden. Es kann nicht sein, dass wir uns eine positive Klimabilanz als Industriestaaten, die ja noch am meisten Know-how und auch Geld zur Verfügung haben, dass wir unsere Verantwortlichkeit etwa durch Aufforstprogramme in anderen Ländern schönrechnen. Das darf auf keinen Fall passieren. Aber natürlich gehören wieder Aufforstungen und das meinte ich mit den natürlichen Bindungsmöglichkeiten von C3, gehört unmittelbar zur Klimapolitik dazu. Ich will noch mal zurück zum Koalitionsvertrag. Da steht wörtlich, die erneuerbaren Energien liegen im öffentlichen Interesse und dienen der Versorgungssicherheit. Und dann heißt es auch, erneuerbare Energien haben Vorrang. Was heißt das denn konkret und praktisch, Nina? Gut, was das dann konkret und praktisch heißt, das gilt es ja dann von den Ministerien und auch von den stolzen Parlamentarierinnen auszufüllen und umzusetzen. Aber das ist genau die richtige Maßgabe, die wir jetzt auch für eine beschleunigte Energiewende brauchen. Wir haben zwar auch bisher schon den Vorrang erneuerbare Energien, aber dies noch mal ausdrücklich festzuschreiben, das ist, um doch mal vor den Doppelpunkt zu ziehen, quasi als Arbeitsauftrag für die Klimapolitik der nächsten Jahre. Das ist genau der richtige Ansatz, denn ohne dies kann es sonst immer wieder passieren, dass wir zum Beispiel, wie in der Vergangenheit passiert oder auch aktuell noch gültig, trotz eines Vorrangs erneuerbare Energien, zur Abregelung von Windenergie kommen wegen Netzüberlastung. Und solche Dinge dürfen dann einfach nicht mehr sein. Und das ist übrigens ja auch richtigerweise jetzt im Koalitionsvertrag auch schon aufgegriffen, dass das nicht mehr stattfinden soll. Sondern die Energien müssen genutzt werden, die erneuerbar erzeugt werden. Und wir müssen auch insoweit vorrangig dann in den Netzen beziehungsweise durch Sektorkopplungsinstrumente aufgegriffen werden. Im Koalitionsvertrag steht auch, ich zitiere wörtlich, alle geeigneten Dachflächen sollen künftig für die Solarenergie genutzt werden. Bei gewerblichen Neubauten soll die Solarenergie verpflichtend, bei privaten Neubauten soll es die Regel werden. Was heißt das denn genau? Was heißt die Regel? Also nicht immer und grundsätzlich? Gut, in der Vergangenheit war es etwas strittig in der Frage der Umsetzung. Wir hatten uns ja schon mal intensiv damit beschäftigt, dass wir Pflichten bekommen zur Nutzung von Dachflächen. Dass es dann hieß, ja, okay, kann man denn eigentlich noch etwas fördern, was ohnehin verpflichtend ist? Und ich verstehe diese Aussage so, dass wir nun den Auftrag haben, es auszugestalten, dass alle Dachflächen genutzt werden, aber man damit eben trotzdem eine Förderung beim Ausbau von privaten Dachflächen noch zugleich hat und damit eben keine Kollision zwischen Pflicht und Förderung. Im Koalitionsvertrag steht auch, dass die neue Bundesregierung im Ausbau der erneuerbaren Energien ein Konjunkturprogramm für Mittelstand und Handwerk sieht. Wie ist das denn zu verstehen? Sollen da neue Jobs geschaffen werden zum Beispiel? Also wir haben ja an verschiedenen Stellen Aussagen auch für zukunftsfeste Arbeit, sage ich jetzt mal mit meinen Worten, etwa auch, wenn es darum geht, den Kohleausstieg vorzuziehen. Da geht es ja auch ganz klar darum, dass man die Menschen, die dort in Beschäftigung sind im Kontext der Kohleindustrie, dass die eben auch in zukunftssichere Arbeit da aufgegriffen, aufgenommen werden können und dass sie dort etwas finden. Deswegen werden die Strukturwandelprogramme und Konjunkturprogramme natürlich Vielfaches abdecken müssen. Einmal, dass dieser Strukturwandel verschärft wird, weil das, was wir bisher gesetzlich geregelt haben, das hatte ja ein späteres Ausstiegsdatum zum Ziel. Insofern muss da ja noch mal was nachgebessert werden. Zum Zweiten ist ja auch bekannt, dass vielerorts uns Fachkräfte fehlen. Also das, das muss auch, da muss auch umfasst werden, dass wir geschickte Maßnahmen ergreifen, die einen forcierten, eine forcierte Fachkräftegewinnung hinbekommen, inklusive Aus- und Weiterbildung. Und meines Erachtens muss da auch unbedingt hinein, dass man da eine Verknüpfung auch zu Migrationsfragen hinbekommt, weil es ist nun mal ja bekanntermaßen so, dass sehr viele Menschen, die bei uns auch Zuflucht gefunden haben und unter ganz anderen Gründen als arbeitsorientierten Gründen Zuflucht gefunden haben, dass die aber sehr wohl bereit wären, hier genau diese Wände mitzugestalten und hier auch insofern Arbeit finden können. Aber was das im Einzelnen heißt, das müssen wir eben auch ausgestalten. Klar ist aber das Ziel. Klar ist, dass wir die, dass wir den Ausbau der erneuerbaren Energien in einem, also in einem, ja, deutlich zu beschleunigenden, in einer deutlich zu beschleunigenden Form hinbekommen müssen. Das sagen auch die segmentorientierten Zahlen, die da drinstehen. Wenn wir mit dem Koalitionsvertrag von einem Energiebedarf, Strombedarf von bis zu 750 Terawattstunden 2030 ausgehen, das ist ja dann auch deutlich mehr als bisher unterstellt wurde und davon 80 Prozent Erneuerbare, dann bedeutet das, dass man in vielerlei Hinsicht ordentlich aufs Tempo drücken muss. Und mir ist wichtig, dabei immer zu betonen, das darf nie ein Mengenbegrenzungsziel sein, sondern wir müssen solche Mechanismen finden, die da auch lauten können. Wir können auch diese Ziele überrunden und das ist auch, das muss vom Ziel mit umfasst sein. Andernfalls wäre es ein Widerspruch zu dem gleichermaßen enthaltenen Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel vom Klimaschutzvertrag in Paris. Nina, von außen ist es schwer nachzuvollziehen, warum nicht klipp und klar steht, Kohleausstieg 2030, ohne dieses schwammige Wort idealerweise. Es ist doch bitteschön, in neun Jahren auch Bergbau-Kumpels zuzumuten, sich umschulen zu lassen. Und auch die letzte Bundesregierung hat da schon Milliarden zur Verfügung gestellt. Warum ist das denn so wahnsinnig schwer, schlicht und einfach zu sagen, Kohleausstieg spätestens bis 2030? Fachleute sagen, das könnte auch viel früher passieren. Was waren denn da die eigenen Hürden, das so klipp und klar festzulegen? Im Detail kann ich dazu nichts sagen. Es ist aber auch nach meiner Überzeugung notwendig, dass man das bis 2030 schafft. Ich habe nicht umsonst einen Initiativantrag zum Bundesparteitag, zum Wahlprogramm gestellt, auch unserem Wahlprogramm, SPD-seitigen Wahlprogramm, in dem ich das gefordert habe. Und ich sehe es eben auch eigentlich nur als mit Chancen verknüpft, da man ja immer auch unterstellen muss, dass es passieren kann, dass der Energiemarkt diese Entwicklung überholt. Ja, und gerade auch der Beschäftigten ist es insofern, also gerade mit Blick auch auf die Beschäftigten, unabhängig von der klimaschutzpolitischen Frage, ist es insofern besser, früher aus der Kohle ausgestiegen zu sein, als später und vor allem besser früher als später, als es der Markt dann richten wird. Und das kann eben passieren, dass der Markt es sowieso schon vorher richtet. Also insofern, ich kann da nur beispringen, ja, der frühere Ausstieg wäre unter vielen Gesichtspunkten der sicherere und bessere Weg. Meine Vermutung ist nur, beziehungsweise ich schätze es so ein, dass es natürlich jetzt trotzdem auch mit der Formulierung idealerweise ein weiter Schritt ist, von den 1.2038 nun auf die 2030 gesprungen zu sein. Und man darf nicht unterschätzen, dass das ja alles gesetzlich unterlegt wurde, auch mit Strukturhilfen und auch mit einem gesetzlichen Ausstiegspfad, mit dem Kohleausstiegsgesetz. Und wenn etwas gesetzlich fixiert wurde, dann wird natürlich in dem Moment, wo man auf eine Veränderung dieser gesetzlichen, dieses gesetzlichen Ausstiegspfades geht, immer auch mit zu bedenken sein, wie viel Entschädigungszahlungen kommen hier vielleicht dann auf uns zu. Und da vermute ich, dass man einen Weg wählen wollte, der Entschädigungszahlungen ausklammert und mit idealerweise ist dies jedenfalls erst mal gewährleistet, meines Erachtens, weil es eben keine fixe Formulierung ist, keine scharfe Formulierung ist und somit dann auch Entschädigungszahlungen wohl erst mal auszuklammern wären. Aber man muss natürlich bei der Ausgestaltung darauf achten, dass es dem Staat nicht teurer kommt, als es sein muss in der Ausgestaltung. Aber meines Erachtens führt auch kein, führt kein Weg daran vorbei, diesen Pfad so zu gehen und insgesamt so auszugestalten, dass wir bis 2030 es geschafft haben werden, aus der Kohle ausgestiegen zu sein. Der Koalitionsvertrag sagt auch, wir brauchen moderne Gaskraftwerke. Brauchen wir wirklich Gaskraftwerke? Wäre es nicht besser, den Ausbau der Erneuerbaren zu beschleunigen, denn auch Gas ist ein fossiler Rohstoff und macht das Klima kaputt, genauso wie Kohle oder Öl. Das wissen wir doch seit langem. Und das ist natürlich auch zur Freude von Herrn Putin vielleicht, dass er die Ostsee-Gasleitung doch noch in Kraft nehmen kann, in Betrieb nehmen kann. Brauchen wir wirklich noch Gaskraftwerke? Also wenn uns der Ausbau der Erneuerbaren Energien so schnell gelingt, inklusive Speicher, auch die Speicher sind ja im Koalitionsvertrag bedacht, richtigerweise, dann wären auch Gaskraftwerke verzichtbar. Ein Koalitionsvertrag muss aber natürlich auch alle Fallstricke mit berücksichtigen. Und es ist ja nun kein Geheimnis, dass in den letzten Jahren viele Entwicklungsschritte in der Energiewende versäumt wurden, beziehungsweise auch ausgesetzt wurden, wenn nicht gar erschwert wurden. Und insofern, aus der Sicht von Schleswig-Holstein muss ich sagen, ja, wir haben jetzt schon mehr Strom aus erneuerbaren Energien im System, als verbraucht wird. Aber das trifft ja nun mal nicht für alle Bundesländer zu. Und das Szenario, dass man an einigen Orten Deutschlands mehr Strom gewinnt, um es dann an andere Orte zu verbringen, dieses Szenario ist ja bisher so nicht aufgegangen, weil einfach die entsprechenden Leitungen nicht schnell genug gebaut wurden. Es ist ja auch die Frage, ob es nur so funktionieren kann. Meines Erachtens, und das steht ja auch im Koalitionsvertrag, muss man viel stärker auch auf die dezentrale Nutzung erneuerbarer Energien setzen. Dann ist man auch nicht so abhängig vom Leitungsbau. Wir brauchen natürlich auch hier und da neue Leitungen. Aber man darf sich nicht darauf ausruhen, dass das alles irgendwo produziert wird, irgendwo gewonnen wird und an anderer Stelle gebraucht wird, sondern man muss einfach die Potenziale, die vor Ort sind, nutzen. Damit ist auch einfach ein schnellerer Aufwuchspfad möglich, als wenn man sich auf noch nicht gebaute Leitungen verlässt. Aber diese Frage, ob man auch auf Gas setzt, die ist meines Erachtens eine, die ist eben gerade über diese Situation zu beantworten. Also die, nochmal neu, die Frage, ob man Gaskraftwerke braucht, die hängt mit der Frage der Versorgungssicherheit zusammen. Und die Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden, durch zu wenig Ausbau erneuerbarer Energien, die findet jetzt in dieser, in diesen, ja, in diesen Sicherheitsleinen, sage ich jetzt mal in Bezug auf Gas, ihre Antwort. Nichtsdestotrotz, es ist auch gleichzeitig, das muss man immer im Doppelpack sehen, eine Aussage des Koalitionsvertrags, dass erneuerbare Vorrang haben. Insofern hoffe ich, dass man tatsächlich den Aufwuchs der Erneuerbaren so schnell hinbekommt, dass man so schnell wie möglich auch aus Gas aussteigen kann. Vielleicht noch ein Letztes. Es ist ja auch die Aussage darin, dass man die Gaskraftwerke wasserstofffertig haben möchte. Also dass man eben auch da eine Variante einer Gasversorgungsinfrastruktur aufbauen möchte, die einen, ja, eine Basis erneuerbare Energienzufuhr im Blick hat. Einer der schönsten Aussagen des neuen Koalitionsvertrags zum Thema Klima und Umwelt heißt für mich, die fünf Dörfer im rheinischen Revier, die abgerissen werden sollten, nach den bisherigen Planungen, bleiben erhalten. Siehst du das auch so? Das ist eine wichtige und auch wirklich gute Aussage. Die ist auch, alles andere wäre auch nicht vermittelbar gewesen. Allerdings ist natürlich in Bezug auf Lützerrat noch die Frage, was die Gerichte sagen. Da hat man einen Verweis auf die Gerichte. Ich persönlich bin der Meinung, dass man kein einziges Dorf mehr abbaggern darf, ganz unabhängig davon, wie die Gerichte das sehen, weil es einfach aus der Perspektive, dass die erneuerbaren Energien Vorrang haben, dass wir ausreichend erneuerbare Energien haben, dass wir sie nur schnellst genug ausbauen müssen. Das ist eine reine organisatorische Angelegenheit. Vor dem Hintergrund halte ich es für nicht vermittelbar, Menschen ihr Zuhause wegzunehmen. Anders wäre es, wenn wir diese Technologie nicht hätten, weil wir haben sie. Insofern hoffe ich, dass die Wirklichkeit hier vielleicht die Bagger doch noch überholen wird, und zwar eine Energiewende befürwortende Wirklichkeit. Eine ganz andere Aussage im Koalitionsvertrag heißt, Klimapartnerschaften sollen im Rahmen der deutschen G7-Präsidentschaft 2022 gegründet werden. Was heißt das denn? Was das genau heißt, das haben wir noch politisch auszugestalten. Aber es knüpft ja an die Entwicklung an, die man jetzt auch in Glasgow beobachten konnte, dass es eben überall dort, wo es noch keine Einigkeit unter allen teilnehmenden Staaten gibt, man dann doch wenigstens schon mal Ansätze machen möchte, vielleicht auch in Form von Vorreiterrollen, die dann eben bilateral oder in kleineren Gruppen, in kleineren Staatenbünden vorgenommen werden. Das kann als Vorreiterrolle genutzt werden und sollte auch so verstanden werden, meines Erachtens. Man muss natürlich immer dabei auch berücksichtigen oder mit darauf achten, dass man niemanden damit abhängt. Es sollte also im positiven Sinne als Vorreiter rollen, die den Möglichkeiten dieser Staaten entsprechend ja auch aufgegriffen werden können, verstanden werden. Mich lässt hoffen, dass der Klimaschutz deshalb vorangetrieben wird durch eine neue Bundesregierung, weil drei Schlüsselpositionen in der Hand der Grünen sind. Jetzt eine Frage an die SPD-Klimaexpertin. Lässt sich das auch hoffen? Wir haben immerhin, wir haben gerade von der Klimaaußenpolitik gesprochen. Wir haben eine grüne Außenministerin. Wir haben einen grünen Wirtschafts- und Klimaminister. Und wir haben einen grünen Landwirtschaftsminister nach heutigem Kenntnisstand. Lässt das die SPD-Klimafrau Nina Scheer hoffen, dass das einen Schwung gibt für den gesamten Klimaschutz? Also ich verstehe dieses Ampelbündnis im Positiven so, dass man wirklich eine Einvernehmlichkeit hergestellt hat. Und diese Einvernehmlichkeit bedeutet letztendlich, dass man auch mit einer anderen Zuteilung der Ressorts zu genau den gleichen Ergebnissen kommen würde in der Praxis. Wenn das nicht zu unterstellen wäre, dann hätte man nicht diese Einvernehmlichkeit. Und dann hätte man auch nicht das Verständnis, das gemeinsame Verständnis für den Koalitionsvertrag, wie es aber jetzt ja erklärt wurde und auch zu unterstellen ist. Insofern möchte ich daraus auch keine Konkurrenzsituation erwachsen lassen, sondern erwarte auch, dass wir uns alle inklusive FDP hinter diese Vorrangigkeit erneuerbare Energien stellen. Das muss ja auch in der Instrumentenwahl dann stattfinden. Und dass dies dann auch wirklich so umgesetzt wird, auch im Verkehrssektor, dann ja, das ist eine Erwartungshaltung, die mit dem Koalitionsvertrag alle drei Parteien und ihre Mitstreiter unterschrieben haben oder unterschreiben werden. Ja, also da bin ich als Außenstehender skeptisch. Natürlich ist es ein Zugeständnis an die FDP gewesen, dass keine Geschwindigkeitsbegrenzung kommt auf Autobahnen. Das wollten die Grünen, das wollte die SPD. Und jetzt besetzt die FDP ja auch noch das Verkehrsministerium, so wie es jetzt aussieht. Das heißt also, Verkehrswende ist wohl Fehlanzeige, sage ich mal ganz schlicht. Verkehrswende ist Fehlanzeige und die FDP hat ja auch großen Wert gelegt darauf, dass sie, dass dieses Ministerium besetzen wird. Und ich fürchte, eine wirkliche Energiewende, die den Namen verdient, ohne Verkehrswende, kann und wird es letztlich nicht geben. Was lässt sich trotzdem so optimistisch sein? Also ich möchte hier nichts vor den Doppelpunkt setzen, was irgendwo einfach nur hohler Optimismus wäre, sondern das ist von mir eine Erwartungshaltung, die sich aber mit den Aussagen des Koalitionsvertrags rechtfertigen lässt. Und auch ohne Ausnahme, also beziehungsweise ohne Hintertür. Für das, was ich gerade als Antwort auf die Frage gegeben habe, was in Richtung grüne Ressorts zu erwarten ist, das gilt natürlich komplementär genauso in Richtung FDP-geführtes Ressort. Auch in einem FDP-geführten Ressort muss eine Politik stattfinden, die zwischen den drei Partnern geeint ist. Und das kann also nicht lauten, dass sich hier, nur weil das Verkehrsministerium bei der FDP liegt, dass hier eine FDP-Politik gemacht wird, sondern es ist das dort auszuführen, was man und der Geist des Koalitionsvertrages ist dort auszuführen, mit den Aussagen natürlich, die auch da getroffen wurden, die im Ampelbündnis geschlossen wurden. Und wenn es ganz klar ein Bekenntnis zum 1,5-Grad-Ziel gibt, wenn es ganz klar die Vorrangigkeit erneuerbarer Energien gibt, Ausbauszenarien gibt und man weiß, dass man hier eine Sektorkopplung zu implementieren hat, das ist ja auch an vielen Stellen enthalten, wie weit die Energie, die Stromwende auch in den Verkehrssektor hineinragt, dann haben wir sehr wohl ein klares Bekenntnis auch zur Mobilitätswende im Koalitionsvertrag. Und meine Erwartung ist, und deswegen nicht nur Optimismus, sondern klare Erwartungshaltung, dass der FDP-Minister sich in der Umsetzung dieses Auftrages nicht unterscheiden wird von einem Grünen-Minister und einem SPD-Minister. Alles auch gegendert, wohlgemerkt. Ja, dein Optimismus in Ehren, aber bitte mal Hand aufs Herz. Es ist doch zu befürchten, dass ein FDP-Verkehrsminister die alte CSU-Verkehrspolitik fortführt, nach dem alten klassischen Motto, freie Fahrt für freie Bürger. Und so steht es ja an und auch noch im Koalitionsvertrag. Was wird dann eine Nina Scheer in dieser Situation tun, als Mitglied der Bundesregierung oder der Fraktion dieser Bundesregierung, wenn die FDP dabei bleibt, freie Fahrt für freie Bürger, so was die CSU gemacht hat, und sie erreicht eben die Ziele, die notwendig sind, nicht. Könnte das nicht ein Sprengsatz für die Koalition werden? Wie gesagt, ich möchte ja das Wort Optimismus meinerseits jetzt nicht verwenden, sondern Erwartungshaltung. Ich sehe sehr wohl, dass der Koalitionsvertrag auch in Richtung Mobilitätswende klare Maßgaben enthält, weil eben Aussagen enthalten sind, die für alle Sektoren gelten. Und deswegen wird sich, egal in wessen Hand ein Ministerium ist, sich jeder daran zu halten haben. Und das ist insofern keine Bitte, die man in Richtung FDP zu äußern hätte, sondern es ist eine Verpflichtung, die alle, die an der Regierung und an dem Bündnis mitarbeiten, sich verpflichtet fühlen müssen, wenn sie diesen Vertrag unterzeichnen oder eben ihm zustimmen, auf dem anderen Wege von Seiten der Partei zustimmen. Und wenn es eben einzelne Maßnahmen bedauerlicherweise nicht geschafft haben in den Koalitionsvertrag, wie zum Beispiel die Geschwindigkeitsbegrenzung des Tempolimits allgemeine, dann muss es mit der weiter aber doch enthaltenen Aussage dem Bekenntnis zum 1,5 Grad Ziel andere Maßnahmen geben, die das entsprechend kompensieren. Das muss dann auch klar sein. Dieses Bekenntnis ist im Koalitionsvertrag drin und in der Ausgestaltung wird das dann eben die Aufgabe von sowohl der Regierung als auch dem Parlament sein, dies pfadgenau zu machen. Es kann aber nicht sein, dass das 1,5 Grad Ziel nur ein nettes Etikett ist und alle anderen Dinge werden hartgestellt oder werden hart wahrgenommen. Nein, nein, auch grundsätzliche Aussagen sind klare Aufgaben, die dann eben nur noch ausgestaltet werden müssen. Aber Nina, dieses Ziel wäre doch am preiswertesten und relativ einfach zu erreichen gewesen. Wird auch gar nichts kosten, wenn man eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingeführt hätte. Also da würden Millionen Tonnen Treibhausgase eingespart. Da würden wahrscheinlich, das würde zur Folge haben, dass wir weit weniger Tote auf Autobahnen hätten als bisher. Ich erinnere daran, in der Schweiz, als das eingeführt wurde vor einigen Jahren, ist die Zahl der Verkehrstoten auf den Autobahnen halbiert worden. Also das müsste doch auch ein Koalitionspartner, der wirklich am 1,5 Grad Ziel interessiert ist, einsehen so etwas. Was ist denn da so schwer zu begreifen? Deutschland ist das einzige Industrieland der Welt, das keine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen hat. Mit uns sind noch Somalia und Afghanistan, glaube ich, die zwei Länder, die keine Geschwindigkeitsbegrenzung haben. Das ist doch einfach peinlich, so etwas. Wenn du mit FDP-Kollegen darüber redest, wie reagieren die denn dann? Ich habe jetzt in den letzten Wochen niemanden konfrontativ mit dieser Frage aufgegriffen. Aber ich werde auf keinen Fall an dieser Stelle verteidigen, dass der Koalitionsvertrag keine Geschwindigkeitsbegrenzung enthält. Ich hätte es natürlich begrüßt, wenn sie aufgenommen worden wäre. Aber nochmal, eine FDP, die sich diesen gemeinsamen Zielen verschreibt, kann jetzt auch nicht von allen anderen Ressorts und von dem Gesamtbündnis erwarten, dass man am Ziel Abstriche macht. Wenn einfache Instrumente ausgelassen werden, dann sind andere Instrumente herbeizuziehen und zu finden, die die gleichen Ziele erreichen. Sonst wären die Ziele nicht Bestandteil des Koalitionsvertrages. Es sind sie aber. Insofern ist es für die FDP nicht unbedingt einfacher geworden oder für uns alle nicht unbedingt einfacher geworden, die Zielerreichung nun auch wirklich umzusetzen. Ja, das wäre besser gewesen. Das kann ich aus SPD-Sicht ganz klar sagen. Und da wären auch die Grünen mit Sicherheit. Das ist ja kein Geheimnis. Beide Parteien waren dafür, dass wir ein Tempolimit schaffen. Aber es muss dann am Ende auf anderem Wege das gleiche Ziel erreicht werden. Auf anderem Wege vielleicht über die Wähler, dass die Wähler die FDP dann abbestrafen. Mehrheitlich sind die Deutschen ja längst für ein Tempolimit. Oder auch das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich damit in der Zwischenzeit. Es könnte ja sein, dass über das Bundesverfassungsgericht, das schon einmal ein wegweisendes Klimaschutzurteil gefällt hat, in diesem Jahr demnächst ein entsprechendes Urteil fällt. Siehst du da auch eine Chance? Dazu möchte ich nicht mutmaßen. Aber ich fand es schon interessant, dass auch in Holland ein Urteil ergangen ist, auf Grundlage von Sorgfaltspflicht, vom Recht über Sorgfaltspflichten, das sogenannte Schell-Urteil, wonach eben Schell verurteilt wurde. Und das zeigt eben, dass inzwischen die Gerichte auch offenkundig eine andere Zügel in die Hand nehmen und auch die Rechtsgrundlagen schon weitergehend existieren, als das über die letzten Jahre vielleicht auch öffentlich so wahrgenommen wurde. Wenn man zum Beispiel denkt, dass in den letzten Jahren ja immer wieder auch sehr stark die Forderung kam, dass wir den Klimaschutz ins Grundgesetz aufnehmen müssen. Und siehe da, das Krafassungsgerichtsurteil urteilt, ohne dass eine solche explizite Klimaschutzanforderung im Grundgesetz steht, aber es urteilt mit Verweis auf das Freiheitsgrundrecht. Und das eröffnet natürlich, ohne jetzt Mutmaßung anstellen zu wollen, aber das eröffnet in Kombination mit den Sorgfaltspflichten, Rechtsexperten sagen, dass das auch in Deutschland passieren könnte, oder so eine Möglichkeit gäbe, eine solche Verurteilung auf Grundlage von Sorgfaltspflichten zu treffen. Denn diese Rechtsgrundlagen, die müssen uns ganz klar den Weg aufzeigen, dass wir die Verpflichtung in verschiedensten gesellschaftlichen Ebenen, auf verschiedenen Ebenen haben, diese Verpflichtung schon mit der bestehenden Rechtsgrundlagen viel ernster zu nehmen, als das bisher der Fall ist. Insofern kann es, möchte ich das gar nicht ausschließen, dass Gerichte hier und da auch noch Urteile fällen werden, mit Rechtsgrundlagen, die uns bisher gar nicht unbedingt als klimaschützende Rechtsgrundlagen aufgefallen sind, siehe Sorgfaltspflichtengesetz oder das Freiheitsgrundrecht. Das ist ja nun jetzt nicht als Klimaschutzgesetz aufgefallen, aber es kann eben in der heutigen Zeit mit Blick auf die Folgewirkung des Klimawandels sehr wohl von den Gerichten so ausgelegt werden. Und deswegen sind wir auch dahingehend angehalten, möglichst es gar nicht erst zu Richtersprüchen kommen zu lassen, sondern das Vernünftige zu tun und so schnell wie möglich den Klimaschutzpfad einzuhalten. Das sind ja Gerichte auf der ganzen Welt, die analog dem Urteil aus Karlsruhe heute Rechts sprechen und Klimaschutz mehr einfordern in ihren Ländern und von ihren Regierungen. Die Überschrift zu diesem neuen Koalitionsvertrag, Nina, heißt ja mehr Fortschritt wagen, angelehnt an Willy Brandts mehr Demokratie wagen oder auch Angela Merkel, das haben viele Kolleginnen und Kollegen vergessen in diesen Wochen, die hat mal gesagt mehr Freiheit wagen. Und die Unterzeile dieses neuen Koalitionsvertrags heißt ja Freiheit, Gerechtigkeit, nachhaltiger Wohlstand. Das sind ja alle drei Parteien sozusagen vertreten. Freiheit, die FDP, Gerechtigkeit, deine Partei, die SPD und nachhaltiger Wohlstand, die Grünen mit ihrer Umwelt- und Klimaschutzpolitik. Lässt dich diese Überschrift hoffen, dass sich alle drei, aber auch an alle drei Überschriften erinnern und nicht nur an die, die Ihnen gerade partizieren? Ja, also es ist nicht nachhaltiger Wohlstand, also Nachhaltigkeit, ja so Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Und ich fühle mich übrigens da auch sehr an die Grundwerte der SPD, Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, Nachhaltigkeit im Sinne von Solidarität auch erinnert. Es ist die Pflicht von oder der Auftrag und insofern auch meine klare Erwartungshaltung an eben dieses Bündnis, dass alle Begrifflichkeiten, die da enthalten sind, aufgegriffen werden. Aber der Nachhaltigkeitskontext oder das Selbstverständnis von Nachhaltigkeit ist ja eben, dass es unterm Strich nichts gegen, also dass die Nachhaltigkeit das Maß aller Dinge sein kann, nur das Maß aller Dinge sein kann. In dem Moment, wo eine Fragestellung, Freiheit oder Gerechtigkeit nicht der Nachhaltigkeit entspricht, wird kein Schuh daraus. Also die ökologische und soziale Verpflichtung, etwas so aufzustellen, dass die Nachwelt auch tatsächlich nicht schlechter gestellt ist, als wir es für uns selbst wünschen. Also quasi der Imperativ, der darin enthalten ist, der besagt ja, wie auch Freiheit und wie auch Gerechtigkeit zu verstehen ist. Es ist eine Definition von Gerechtigkeit und es ist auch eine Definition von Freiheit. Nichts anderes hat ja das Verfassungsgerichtsurteil auch gesagt. Es hat uns definiert, wie in Zeiten des Klimawandels und der Klimaverantwortlichkeit der Menschheit überhaupt Freiheit nur noch ausgelegt werden kann. Es ist ein neuer Freiheitsbegriff, eine neue Definition von Freiheit, mit der wir umzugehen haben. Und insofern auch eine Ausgestaltung des Nachhaltigkeitsbegriffs, so verstehe ich den Koalitionsvertrag mit dem Untertitel und letztendlich ist es eine Beschreibung der ersten Überschrift des Koalitionsvertrags. Der Fortschritt kann nicht ein Fortschritt sein, der diesem Freiheitsverständnis im Lichte des Verfassungsgerichtsurteils oder dem Gerechtigkeitsbegriff im Lichte von Nachhaltigkeit widerspricht. Fortschritt hat nicht dem unterzuordnen, was der Untertitel uns im Kontext Nachhaltigentwicklung aufgibt. Nina, angenommen, du hättest allein den Koalitionsvertrag geschrieben. Was wäre denn drin gestanden? Gegenüber dem, was jetzt drin steht. Was wäre noch zusätzlich drin gestanden? Ja gut, das ist natürlich jetzt so ein bisschen Wünscht dir was. Ich weiß gar nicht, ob das so zielführend ist, auf eine solche Frage einzugehen, weil das so gegen eine einige... Wirst du es trotzdem machen. Aber es ist... Also ich hätte natürlich ein klareres... Ja, alles, was den Anschein hat oder was möglicherweise einer beschleunigten Energiewende noch im Wege stehen könnte an Aussagen. Das hätte ich eingeklammert, zum Beispiel auch in Richtung Europäische Union, dass man da doch versucht, irgendwo noch eher auf den Emissionshandel zu setzen. Das finde ich zum Beispiel riskant. Ich hätte es lieber gesehen, wenn man da stärker auch in Richtung Europäische Union auf die unmittelbar greifenden Maßnahmen setzt. Ich hätte es zum Beispiel auch gut gefunden, wenn wir noch kritischer mit den Ausschreibungen ins Gericht gezogen wären als jetzt. Aber immerhin, die De Minimis-Regelung soll ausgeschöpft werden. Das zeigt ja auch schon mal, dass wir wieder... dass wir weg wollen von dem strengen Diktat in der Ausschreibungen. Und es sind so einige weitere Bereiche, oder was nicht enthalten ist, ist eben, wie wir mit dem atmenden Deckel jetzt umgehen. Da wären noch ein paar Fragestellungen aufzugreifen gewesen, die vielleicht den beschleunigten Ausbau noch sicherer beschleunigt hätten ausgestalten lassen. Aber diese Fragen, das finde ich eben auch, insofern bleibe ich auch bei meiner Erwartungshaltung in Richtung und will mich gar nicht auf eine Kritik so sehr einlassen. Weil im Grunde genommen sind das Dinge, die jetzt nicht ausgeschlossen sind. Also vielleicht ist es das Tempolimit, weil man so direkt darüber diskutiert hat und weil man weiß, ja, das hat die FDP definitiv nicht gewollt und es ist kein Zufall, dass es nicht drinsteht. Aber viele andere Detailfragen, die nicht drinstehen, die lassen sich trotzdem nach Maßgabe, nach den enthaltenen Maßgaben jetzt noch definieren. Deswegen sehe ich es auch nicht unbedingt als ein Manko an, wenn bestimmte Aussagen, die ich gerne drin gehabt hätte, jetzt nicht drinstehen, weil sie eben mit anderen Aussagen sehr wohl jetzt noch in die Umsetzung zu bringen sind. Nina, wenn dich deine Tochter fragt, Mama, habe ich eine gute Zukunft? Du bist doch da dabei in der Politik und du kannst doch da mitentscheiden. Was sagst du ihr denn dann? Gut, sie ist schon mit ihren 17 schon sehr gut selbst informiert und braucht für diese Einschätzung nicht mehr meine Einsortierung. Gleichwohl unterhalten wir uns natürlich auch über diese Fragen und es ist zwischen uns kein Geheimnis, dass das in den letzten Jahren, dass das auch meine Sicht auf die Dinge ist und in den letzten Jahren leider kostbare Zeit ungenutzt blieb für die Energiewende. Und das ist natürlich eine schon sehr große Bürde, weil man weiß, es wäre möglich gewesen. Wenn man Dinge noch nicht entwickelt hat und sie noch nicht in die Tat umgesetzt hat, dann ist das die eine Sache. Aber wir leben mit dem Bewusstsein, dass wir aus deutscher Perspektive und auch mit Ausstrahlungswirkung in die Welt hinein sehr viel weiter sein könnten, wenn nicht gewisse Bremsen beschlossen worden wären. Und das ist eine schmerzhafte Erkenntnis. Und deswegen die Zukunft steht und fällt mit Blick auf die sogenannte Anthropozän damit, dass die Menschheit ihre Möglichkeiten, die sie hat, den Klimawandel aufzuhalten und die Abhängigkeit von fossilen Ressourcen zu beenden, dass diese Möglichkeiten jetzt mit aller Kraft gebündelt werden und auf allen Ebenen umgesetzt werden und dass das als Chance zu begriffen wird. Liebe Nina, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Ich bin sicher, im Laufe der Legislatur werden wir uns nochmal wiedersehen und dann überlegen, was ist denn umgesetzt worden und was ist noch umzusetzen. Also wir bleiben dran an dem Thema. Sicherlich du auch als Umwelt- und Klimaexpertin der SPD bist du diesem Thema sehr verpflichtet. Genauso wie wir. Wir werden nachfragen, wie weit es gekommen ist mit dem Klimaschutz. Danke dir sehr und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Herzlichen Dank für Ihr Interesse an dieser Sendung. Sie wissen, jeden Montagabend geht es um diese Zukunftsthemen hier auf Transparenz TV. Schönen Dank, schönen Abend und tschüss. Ich danke auch. Tschüss. Tschüss Nina. Tschüss Nina. Tschüss! Tschüss locally! Tschüss Jonas! Amen. 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 Amen.